Der Geist des schwarzen Ritters kommt und geht. Niemand weiß, wann er wieder erscheinen wird oder wieso. Aber wenn er auftaucht, geschehen furchtbare Dinge. Wieso hat Sonja in Chicago gebohnt, obwohl sie ein Haus in Irland hatte? Und warum hat sie es uns vererbt? Zumindest hat es Charakter. Ein Haus mit einer Vergangenheit. Das schon tot ist wohl er. Der Mann ist fast seit 300 Jahren tot. Jetzt ist er es aber nicht mehr. Ich habe ihn gesehen. Ganz in schwarz, auf seinem pechschwarzen Pferd. Was ist das da drüben? Longwood Castle, der Sitz des schwarzen Ritters. Wirklich? Natürlich nicht. Den schwarzen Ritter gibt es nicht. Ich möchte dir etwas zeigen. Lord Longwood de Monson, besser bekannt als der schwarze Ritter. Vor 300 Jahren starben sieben Kinder in einem Feuer. Und am darauffolgenden Tag tauchten sieben Pferde auf diesem Land auf. Der schwarze Ritter wird niemals ruhen, bis er seine Tochter gefunden hat. Ich glaube, die Pferde sind die Seelen der Kinder. Deshalb höre ich diese Stimmen, wenn ich in ihrer Nähe bin. Denn sie finden erst Ruhe, wenn dieses Geheimnis gelüftet ist. Genau wie der schwarze Ritter. Die Leute sahen den schwarzen Ritter, wie er in dem Feuer stand. Aber er brannte nicht. Der hat gesagt, ich muss den Fluch brechen. Und dass nur ich das kann. Du willst Longwood retten. Sieh doch, das ist das gleiche Symbol wie auf meinem Amulett. Das ist das gleiche Symbol wie auf meinem Amulett.